Dieses Tutorial hat auch eine englische Version. Link ist in der Description. Wenn man die Sensor weiter haben möchte und die Sensor gut verstecken möchte, dann sollte man feste Blöcke nehmen. Ich habe hier zum Beispiel feuchten Beton genommen. Den kann man nämlich genau im Zementmischer schön anmixen. Der Trick, den man dabei macht, ist, dass man die Position der Kamera benutzt, um durch die Blöcke durchzuschauen. Wir platzieren unser Tor hierher. Dann nimmt man die massiven Blöcke und reiht sie aneinander. Der Trick dabei ist, je größer der Block ist aus massiven Blöcken, umso weiter ist nachher der Sichtbereich auch von der Kamera. Das Problem, das man mit Erde oft hat, ist, dass die Erde aufgrund der geometrischen Formen nicht richtig erkannt wird. Und man deswegen auch nicht unter die Blöcke schauen kann. So, wir platzieren uns jetzt eine Stromquelle her, einen Generator, einen Anschluss an das Relais oder eine Batterie. Die sollte jetzt einmal ausreichen für eine Demonstration. Wie man hier sieht, die Kamera ist direkt unter der Decke. Wir versorgen die Kamera mit Strom und da können wir sie auch ausrichten. Und hier sieht man schon, man kann nach oben durchschauen, man sieht schon einen Teil vom Garagentor. Das Problem, was wir jetzt noch haben ist, dass eben die Erde noch im Weg ist. Jetzt müssen wir nur noch die Erde ersetzen und stattdessen massive Betonblöcke oder massive Holzblöcke dorthin bauen. Wir können natürlich auch Holzrahmen nehmen und die Holzrahmen alle aufwerten. Da ich gerade zum Beispiel Beton herumliegen habe, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einmal die Betonblöcke. Glasröcke 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 sowie Sobald wir den großen, ganzen Block aufgefüllt haben, werfen wir den Blick in die Kamera und wir sehen schon, wo unser Sichtbereich ändert, ein bisschen unterhalb, also jetzt auch noch hier die Erde entfernen. Noch ein kurzer Kontrollblick, hier können wir noch etwaige Fehler erkennen. Und diese auch noch ausbessern, aber im Großen und Ganzen sollte das dann schon circa funktionieren. Tatsächlich, hier drin habe ich einen Block vergessen. Gleich drei Blöcke. So, wie sieht es jetzt aus? Schon viel besser. Von den Blocken oben drüber sieht man gar nichts. Durch das die Kamera mit dem Sichtbereich im Block hängt, wird die Textur von den Blöcken nicht gerendert. Das bedeutet, man kann von unten durch die Blöcke durchschauen. Jetzt noch die Breite beliebig erweitern, bis die gesamte Kamera im Sichtfeld ist. Und jetzt können wir unser Tor platzieren und es mit dem Kamerasensor verbinden. Die Kameras sind standardmäßig auf Triggered gestellt, die sollte man umstellen. Auch ob man nur Freunde haben möchte oder ob sie auf einen selbst reagieren sollen. Also, dass die Stromversorgung nicht auf permanent ist, sondern nur auf ausgelöst. Jetzt fügen wir hier unten noch ein paar Blöcke ein, damit der Sichtbereich auch schön breit ist. Jetzt fügen wir hier unten. Kurzer Kontrollblick, sieht doch schon viel besser aus. Der schwarze Balken auf der linken Seite ist jetzt nicht wirklich wichtig, da es sowieso unterhalb der Straße liegt und damit funktioniert das Ganze auch schon. Kurzer Test, die Seite funktioniert von der anderen Seite. Das funktioniert auch, super, ihr solltet nur noch beachten, wenn ihr mit dem Auto kommt oder mit dem Motorrad, dass ihr einen gewissen Abstand zu dem Tour habt, entsprechend sollte der Sichtbereich entsprechend groß ausgewählt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf oder subscribt für weitere Updates von Alpha 20, da solltet ihr auch die Glocke nicht vergessen und das Live-Beispiel gibt es natürlich hier auch auf meinem Server direkt auf thehealthgate.eu, Link ist natürlich in der Video Description. Werder Kroger Z Τ Kroger 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 Vielen Dank.